Die reiche und guthertige Greffin Emma lebte in einem schönen Haus an der Lesung. Ihr gehörte viel Land in Bremen. Zwei Bürger aus Bremen fragten Greffin Emma. Du hast so viel Land. Können wir von deinem Land etwas bekommen? Damit wir unsere Tiere auf dem Land weiden lassen können? Greffin Emma war nett zu den Bürgern und antwortete Ein Mann soll ein Stück Land umlaufen. Um dieses Land will ich euch dann geben für eure Tiere. Ihr Schwager Werner war ein geistiger Mann. Er wollte später das Land von Greffin Emma erben und erwiderte Wir lassen ein Krüppel das Land umlaufen. So viel Land wie ein Krüppel an einem Tag umrunden kann, soll euer Land werden. Der Mann ohne Beine lief einen Tag auf seinen Händen um das Land herum. Die Bremer Bürger riefen weiter, so du schaffst es. Dem Mann ohne Beine gelang es, ein großes Stück Land zu umrunden. Die Bürger freuten sich über das neue Weideland und ließen nun ihre Tiere darauf weiden. Der Schwager Benno ärgerte sich, denn die Bremer Bürger bekamen mehr Land von der Greffin Emma als geplant. Heute findet der Bremer Freimark auf der Artenweide Land der Greffin Emma statt, das sie den Bremer Bürgern schenkte. Zu Füßen des Bremer Rollons auf dem Marktplatz kann man heute noch den Krüppel als Denkmal ansehen. Und dann geht's wieder um den Krüppel an. Vielen Dank.